Ich möchte mich weiterentwickeln bei dem Trainer, der natürlich auch viele Jahre hinter sich hat, viele gute Spiele auch weitergebracht hat und natürlich bei den Gesprächen waren sehr, sehr gut, positiv und deswegen denke ich, dass man auch mit dem FC Sandpoldi viele erreichen kann. Und natürlich möchte ich gerne meinen Teil beitragen.